Halli Hallöchen und herzlich Willkommen hier wieder zurück bei Dragon Ball Z Kakarot Den wir jetzt noch gerade spielen Mit dem Kampf gegen den Friseur oder den Kühlschrank oder wie auch immer ihr den Nennen wollt Wir sind Das bin ich Ich will ihn kurz reden lassen Ich muss kurz zuhören was er sagt deswegen nicht dass wir schon vorher ankommen das möchte ich nämlich nicht Ja song Guck Der ist da ja so Ich will noch mal ganz kurz gucken ob wir hier irgendetwas hatten wir nicht noch irgendetwas neues bekommen ich bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher Wir hatten Ja die haben wir hinten schon reingeschoben Neue Techniken haben wir nicht gelernt ne wir sind ja wieder vollständig regeneriert worden ich muss ganz kurz mich rein Finden vor den super duper mega kampf Er sieht aber alles nicht so aus Ich bin mir auch nicht sicher ob ich schon vorher geguckt hatte es tut mir leid wir müssen trotzdem gucken Kamehame alles da Schlag erstmal stecken Ja da kriegst Genki So sonst haben wir Meteor Schlag Ja sieht alles gut aus Status ist Ok noch 194.000 EXP das ist doch ein bisschen sehr viel Ich dachte mir so oh wenn wir nur noch 2000 brauchen Ja ich bin aber neu vorbeigeflogen weil ich da unten erst noch mal ganz kurz Äh Ja ja hör mal auf hier Junge So Wann ich nämlich nochmal ganz kurz Ausruhen und ganz kurz gucken wegen Mahlzeiten kochen Und wir machen uns wieder ne Megamasse rein weil wir ja auch wieder Komm die Megamasse müsste doch eigentlich auch volllaufen oder? Komm wir machen uns ne Megamasse rein Einfach nur für die EXP die wir dann gegen den Freezer Fight kriegen Ja der zählt das ja auch als Nahrung so wie ich das bis jetzt verstanden hab Und wenn ich brauche keine Nahrung ich bin ein harter Hund Also bitte Was soll ein Freezer schon großartiges ausrichten können Also bitte Hier das hier nämlich Wenn wir das hier jetzt rein machen Ändert dann nix ne Ich kann's machen aber ich glaube wenn wir jetzt die Megamasse Na Kampf Ah doch das geht auch okay Aber wir können nicht noch einmal oder? Doch wir kriegen ja auch noch Z-Kugeln nach dem Kampf Aber ne normale Megamasse Wird da noch ne Megamasse? Ne da ändert sich nichts Wir können aber noch das hier essen Kriegen wir noch Z-Dinger nach dem Kampf So Also ich kann auch mehreres übereinander stacken Das hab ich auch noch nicht gewusst Na gut Ich hab mich aber jetzt noch nicht ausgeruht oder? Der hat noch nicht volles Leben deswegen das wundert mich Wobei er hat bestimmt jetzt nicht volles Leben bekommen weil Wir jetzt wieder was gegessen haben Ausruhen nimmt die Effekte jetzt aber nicht weg ne? Nein Das wär fies Haust dir da alles rein und dann kommt ausruhen und tja So wir kriegen jetzt ein paar mehr Kugeln und mehr EXP Wobei es mir eigentlich nicht auf sonst was so ankommt So kurz Unsere KI wieder laden Rein rennen und sagen Hallo Ja Warum fliegt denn der jetzt? Kann der nicht laufen? Hallo ich bin der Super Saiyajin Sorry I'm late I'll take things from here Jetzt wo er angeschlagen ist G-G-Goku It looks like I still have some trash to dispose of K-Kakarot Hm Kakarot Oh I see So you're a Saiyan as well I intend to rid the universe of every last one of you Er hat mir eine AXP geklärtet. Er hat mir eine Super Saiyan gemacht. Du hast eigentlich eine meiner Anfeuerung gespielt. Ich bin mir gefühlt. Er hat mir eine AXP. Du hast eigentlich ein von meinen Anfeuerungen gespielt. Frieza, ich werde es ernsthaft sein, wenn ich dich wäre. Du bist endlich mit deinem Schmerz-Nightmare, ein Super Saiyan! Der legendärer Saiyan-Warrior, der stärkste Kriter im Universum. Du bist fertig, Frieza! Ha-ha-ha-ha! Du bist endlich zu tun, was du... Hatte ich nicht selbst klarer, vorher? Ich bin entspannt von deinen Schmerzen. Stopp! Siehst du nicht, wie er nicht wieder in Bezug auf die ganze Zeit mehr ist? Er ist schon fertig, einfach lass ihn weg! Kakarot, du bist einfach so leicht wie immer. Vielleicht bist du ein Super Saiyan, nachher. Du Idiot, stopp' zu lassen deine Emotionen dich zurück. Stopp' zu sein so leicht, und du kannst es endlich machen. Du kannst du ein Super Saiyan werden. Kakarot, hör auf. Der eigenen Planeten, Planeten Vegeta, wurde nicht von einem Meteor destroyed. Es war Frieza. Wir, wir Saiyans, wir Saiyans waren seine Enforcers. Wir folgten seine ganze Ordnung. Ihr Eltern, mein Vater, der König... Sie... Sie waren alle... ...murziert von diesem Monster. Ich bitte Sie, Kakarot... Bitte... Bitte... ...defeat... Frieza... Bitte... Ich bitte Sie... Er muss... ...murz... ...durch... ...hands... Ich war wirklich dran- Ich was fragt, als er endlich hat er. Vegeta... ... em hier musste es wirklich schwer für einen Proud-San wie du. ...wahl mir Hilfe. Ich verholt dich an zuerst, aber ich fing, dass du zu langem wirst, dass du ein Proud-San warrior warier war하더라고. Just know this, I'll do what I can to carry on that pride of yours Hey, I'm a Saiyan raised on Earth And to avenge those you've brutally murdered The Saiyans and the Namekians I'm going to defeat you Utter nonsense We're just in the way, we need to get out of here Oh yeah, damn it, it's hard Oh, that's why I won't know until I try Oh, that's why I won't get out of here Too late reagiert Too late reagiert Haha, I have to get out of here Ah, fuck Hattet die Richtung Okay, das war richtig low Haha, das war richtig low Wow, der tut aber auch weh, muss ich sagen Oh, der tut aber wirklich weh Warte mal, wir gehen ja nochmal Objekte Ich muss erst mal gucken gerade Ist ein bisschen länger her jetzt irgendwie, hab ich das Gefühl Das Gefühl, dass ich gerade überhaupt noch nicht reinkomme Die Die Tum, 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 tum You know, I've grown all of this Perhaps it's time I end Right here and now Oh yeah? I don't think it's gonna be that easy for you Let me your energy Der tut wirklich weh, der tut Even if you happen to be hiding a great deal in your house By my calculation I estimate I only need to use approximately 50% of my full power to reduce him to dust If even that What? So Okay, erster Kampf war das Wir gehen dadurch Level up, deswegen hab ich auch Oh, nur ein Ardo Aber der hat auch echt reingehauen, muss ich sagen Das Schnitzel This has been fun It's been quite some time since I've exerted myself this much Man, I'm in trouble If he's serious about the half power thing Then even the Kaioken times 10 isn't gonna be enough I should be able to hold my own if I push it to times 20 though My body might not be able to handle it But I've gotta try But I've gotta try Ja, na. Wie geht er gegen Freezer? War besser scheinbar. Beim letzten Mal. Muss doch, dass er wieder reinkommt. Ein super heiliger Text. Der Kampfkunst und überragende, erweckendes Wasser. Oh cool, überragend ist gut. Ich will sehen, wie ich das gebe. Was ist passiert? Es hat gar nicht gemacht, es hat gar nicht gemacht. Mein Vater, die Energie, ist viel stärker als es vorher war. Ich kann nicht glauben, dass jemand so stark ist. Ich glaube, dass King Kai richtig ist. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich glaube, dass ich das sage. Aber wir sollten nicht auf diese Begründung mit Freezer nehmen. Kuss, du, Saiyan? Well, now, that actually hurts. That actually hurts! Where has all your energy gone? What? Have you exhausted yourself already? I can't watch anymore. I'm going to help him! Wait, seems like Goku's got something in the works. Goku, the legendary Super Saiyan. The Spirit Bomb! I'm going to help you! And all the planets, that can hear me! Give me as much energy as you can! Give me the strength I need! What are you doing? Don't tell me. Is this another one of your pathetic attacks? What can you possibly accomplish by just standing there? Goku, he's made a Spirit Bomb! That huge! Frieza doesn't appear to know what's going on right now. I don't understand why Goku doesn't just attack him. He's probably thinking that he needs more energy so that he can take Frieza down for good this time! Man, I wish this thing didn't take so long to get ready. I have to make sure he doesn't figure out what I'm doing! Come on! This is getting ridiculous. How much longer do you intend to keep that up? Not sure. As long as I... have to, I guess. Say, uh, you're not in a hurry, are you? You dare mock me? I do not understand, you Saiyans. Your kind has been a thorn in my side for as long as I can remember. Once I destroyed that Saiyan child and this entire planet, the Saiyans will finally be no more. The legend of the Super Saiyan will remain just that. A legend. That's not the sun. What the...? Oh, he saw it! Stay here. No matter what happens, do not leave this spot. What is that? Is that some sort of ball of energy? You! It's no use. If I launch the Spirit Bomb at him right now, he's just gonna dodge it. Besides, it doesn't even have enough power to take Frieza down. Ah, damn it! You were planning a sneak attack this whole time. How pathetic! But all of your idiotic planning and effort has gone to waste. You're finished! Piccolo! Hurry up and finish that Spirit Bomb already! Thanks, Piccolo! You vile insignificant pests! How dare you interfere in this! So, there are more of you are there. You certainly know how to test my limited patience! It ends now! I will reduce you and this entire planet to nothing but ashes! Okay! All right! It's done! Release it! No! I... I will... ...not... ...be defeated! ...a, I will... ...to be defeated! No! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bulma! Don't scare me like that! Oh, no. It can't be! It's Freeza! Mr. Piccolo! You worlds! I'm going to eradicate every last one of you! Kroen! No! Let him go, Freeza! Goku! And now for the little brat! You're gonna pay for that! What? What? Oh, 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 oh. Dad? Gohan, take Piccolo with you and head back to Earth now. Hurry, Gohan, before I lose what little sense of reason I have left. Okay. What's going on? What's happened to him? No, it can't be. I think I know what's going on. My dad finally did it. He's become a Super Saiyan. I've had enough. Now I'm mad, Freeza! You will know your place, you filthy Saiyan! Ah! Jetzt geht's auf die Fresse, Alter. Like my friend Krillin! You have some nerve. Your friend? You act as if Saiyans don't have just as much blood on their hands. Yeah, and they met their end. Thanks. Jetzt geht's auf die Fresse. Niemand legt sich mit mir an. Niemand tötet das Weichein Krillin. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. I... I will not lose to a Saiyan! Oh, oh. Let me your energy. Also, this cannot be happen. Und da war gerade kurz kein Super Saiyan mehr? Erledigt. So nicht. Oh, so. Haben wir einen... Superfinish. Was zum Teufel ist ein Superfinish? Ist das gut? Du hast eine telepathische Nachricht erhalten... Was? Verwirrung. Ver... Verwirrung ein einziger Person? W-W-Wat are you? Du meinst, du hast es noch nicht herausgefunden? Ich bin der Saiyan, der aus der Erde kam, um dich zu verletzieren. Ich bin der Warrior, du hast in der Legende gehört. Ich bin der Herz und wunderschön von Führung. Das ist das, was ich bin. Ich bin der Super Saiyan. Sonn-Goku! Ich bin der Verrückte. Ich denke, die Legenden waren wahr, nach allem. Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich liebe dich! Es ist vorbei, Frieza. Ich bin der Verrückte. Ich bin der Verrückte. Ich bin der Verrückte. Ich würde lieber nehmen meine eigene Leben, als zu sterben, wie du! Ich bin der mir. Aber derjenige, der will sterben, ist nicht ich. Es wird dir! Ich kann überleben in dem Vakuum des Spaces. Wir wissen, ob das selbe kann für Saiyans sein sein können. Dieser Planeten wird sterben! Ich muss mich zu viel entschuldigen. Aber der Körper wurde komplett verletzt. In fünf Minuten wird dieser Planeten explodiert und wird nichts mehr als Doppel fliegt durchs Space. Fünf Minuten, oder? Das ist alles die Zeit, die ich brauche. Ich werde Krillin verletzt. Dann finde ich meine Freunde und weg von hier! Verletzt mich? Impossible! Du hast mir keine Wahl gegeben. Es ist Zeit für Sie. Bevor für meine Macht! Frieza. Du weißt, die einzige Grund, warum ich dich erreichen kann, ist, weil ich dich zu gewinnen möchte. Als Krieger, ich würde es keinen anderen Weg geben. Die Säge, du willst auch deine vollen Macht. Nichts! Meine Entschuldigung für das Wettbewerb. Wie gesagt, das ist meine Full Power!